Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Mittwoch, dem 30.12.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 936 und heute habe ich euch die folgenden Themen. Ja, Piel, wieder, SwissCovid, Renault 5 Pro und WhatsApp. Ich beginne gleich mit der Geschichte, die ich gestern und voraufgelistet habe und auch verlinkt habe, aber irgendwie bei der Aufnahme komplett verpasst habe. Das Schweizer Fintech, ja, Piel, welches unter anderem mit Google Pay, Samsung Pay und Apple Pay etc. daherkommt, auch andere tolle Features hat, eine Möglichkeit von einer eigenen IBAN-Nummer in der Konfiguration hat und, und, und. Ein sehr innovatives und sehr schnelles Unternehmen, die haben jetzt, wie schon ganz am Anfang angekündigt, per 1. Januar das ABBA-Modell eingeläutet. Wer jetzt in die App reingeht, der darf wählen zwischen ein bisschen Geld und ein bisschen mehr Geld pro Monat oder das Ganze auch pro Jahr bezahlen oder das Ganze weiterhin in kostenlosen Nutzen und dann natürlich ein bisschen eingeschränkter mit weniger Funktionen und Möglichkeiten. Was haben wir hier? Null Franken, wie gesagt, 4,90 pro Monat oder 8,90. Wer so einen Dienst nutzt und da alle Funktionen nutzen möchte, der sollte das auf jeden Fall bezahlen und dann auch von den ganzen Möglichkeiten partizipieren können. Macht auf jeden Fall Sinn und natürlich, ja, Piel als Unternehmen auch unterstützen, weil von nichts kommt da auch nichts, logischerweise. Weiter geht's mit der Swiss-Covid-App. Die hat ein Update bekommen, wer also eine solche hat, unbedingt installieren. Aktuell geht's vor allem um die iOS-Version. Denn Apple hat vor circa zwei, drei Wochen ein grösseres Update rausgehauen für iOS 12. Ja, ihr habt richtig gehört, iOS 12, wir sind mittlerweile bei iOS 14. Aber es gibt halt auch noch Geräte, die unter iOS 12 unterwegs sind, 5S und 6er Modelle zum Beispiel. Und die haben keine Möglichkeit gehabt bis jetzt, weil eben nicht die Schnittstelle da war. Apple hat da gross nachgebessert, dass eben auch ältere Geräte darauf zugreifen können. Jetzt die Swiss-Covid-App ist auch fit für das. Und das dürfte heissen, dass auf den Schlag ziemlich viele neue Geräte möglich wären. Und da bitte ich unsere Hörer wieder mal darum, sofern ihr das nicht schon getan habt, das auch zu installieren. Natürlich auch bei euren Eltern und anderen Leuten, deren ihr Smartphone ihr mitbetreut. Das gibt's ja immer wieder mal. Weiter geht's mit Oppo. Die haben im Oktober diesen Jahres, war es glaube ich circa, war es November, ja im Herbst diesen Jahres, das Oppo Renault 4 hier in der Schweiz und auch in Deutschland, Österreich vorgestellt. In China ist man da schon einen deutlichen Schritt weiter, geht immer ein bisschen schneller da drüben, respektive wir hinken hinten her. Da haben sie nämlich jetzt vorgestellt offiziell das Oppo Renault 5 Pro Plus. Und das ist ein Bolide. Getaktet wird es mit einem Snapdragon 865er Chip. Es hat je nach Modellwahl 8 oder 12 GB RAM. Interner Speicher ist schön ausgestattet, ein grosses Display, 90 Hertz Frequenz, eine Abtastrate von bis zu 180 Hertz. Ein Fingerabdruck der hinteren Bildschirme ist eine super tolle Frontkamera und zwar in einem Loch mit 32 Megapixel. Rückkameras sind total, ja, am Stand der Technik. Man hat einen grossen Akkometer in Bluetooth 5.0, NFC 5G logischerweise und all das zusammen. Und das für knapp 540 Schweizer Franken in Euro, wären das wahrscheinlich so die 550. Also ein Knallerpreis für wieder mal ein knaller Smartphone. Ich bin gespannt, wenn es dann zu uns kommt und wenn wir das auch mal ausprobieren können. Weiter geht es mit zum einen Aufrüsten mit der Corona-Geschichte für ältere Geräte. Es gibt aber auch Dinge, die man absägen muss und das passiert jetzt bei WhatsApp. Über das neue Jahr fallen ältere Geräte raus. Wenn ihr also noch ein iPhone 4 zum Beispiel habt oder 4S oder Android-Smartphones und das ist dann schon eher möglich in der Version 4.03, eben die nicht höher darüber rausgehen, die können in Zukunft ab dem neuen Jahr keine WhatsApp-App mehr nutzen auf ihren Smartphones. Da heisst es also wieder mal was Neues kaufen beim iPhone, je nach Modell und Budget, was man hat. Vom SE aufwärts bei Android gibt es ja die diversen, wie ihr vorhin schon gehört habt, Oppo, Samsung etc., was man da halt alles so dazu kaufen kann. Sollte man übrigens auch tun, fernab von, dass jetzt die Möglichkeit nicht mehr gegeben ist mit WhatsApp, denn die Systeme haben definitiv einige Sicherheitslücken, die ihr nicht unbedingt im täglichen Gebrauch haben möchtet. Also somit investiert da wieder mal ein bisschen in neue Hardware. Wer dazu Fragen hat, wie immer gerne natürlich über die Kommentare, Rückmeldungsmöglichkeiten, Social Media, E-Mail etc. Und schaut mal im Blog auf dem bokepsi.ca vorbei, da haben wir einige Testberichte von aktuellen Smartphones. Weiter geht es noch mit zwei Hinweisen im grossen Mutterformat vom Daily hier, also im Geek Talk Podcast. Habe ich zwei Interviewgespräche hochgeladen. Das eine ist mit dem Fritz Fabik von Bowers & Wilkins GT 5820. Unbedingt anhören, sehr, sehr spannend. Genauso spannend ist das Interview mit dem Journalist, Blogger und Podcaster Matthias Schüssler in der 5920. Alle beide sind ab sofort für euch in den Podcatchern eurer Wahl erreichbar. Und ich bin schon gespannt, ob es da von euch Feedback und Rückmeldung gibt. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche euch nochmals einen schönen und erfolgreichen Tag und bis bald wieder. Euer Bokepsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.